Freunde, kurz mal, kurz mal, kurz mal, meine Freunde, die Mutter von Anne-Maria, äh, Satsushido und, äh, Anne-Maria Fashichi würden irgendwie ihre Probleme verdrängen. Ja gut, sie haben ihre Probleme in Befrag verlegt nach Dubai, Mann. Und jetzt wollen sie dieses RTL-Business durchspielen, auf alle Doku und dann da überall stattfinden, um ein bisschen Kohle noch mitzunehmen. Weil, äh, Mr. Sushido ja verbrannt ist, Mann. Keiner nimmt hier mehr sein Gangster-Eventage ab. Der Junge ist musikalisch am Ende. Deshalb, was sollen die denn machen sonst, ne? Digga, glaubst du, die, äh, Sushido bringt jetzt noch ein Album aus, das geht Gold? Nein! Der macht vielleicht noch 10.000 verkaufte Album und das war's, Mann. Ist nicht mehr der Winz wert, die Marke ist kaputt. Anne-Maria kann vielleicht noch ein bisschen, ähm, äh, Placement machen, Sushido vielleicht auch noch ein bisschen Kohle machen, das war's. Sonst müssen sie, keine Ahnung, Dropping oder Trading machen. Und die Eheprobleme gehen auch nicht weg, nur wenn man in ein anderes Land geht. Das ist doch eine ganz klare Sache. Okay, meine Freunde, das warst du für einen Bus. Abonnieren gleich, ich frisse meine Freunde, bis zum nächsten Mal meine Freunde.